Hey, wir haben den gesamten April 420, Blaze It. Ja, der Witz hätte letzte Woche besser gepasst, wo es noch der vierte, vierte war. Aber da war ja leider Pause. Oh, Oshalt wird vermisst. Ja, dieser Octopus vom Disney Channel. Ja, wenn man ihn so vermisst, mit einer Abrissbirne, Homing Mines und einer Harpune, dann weiß ich auch nicht, warum er gegangen ist. Kann ich mir nicht vorstellen. Bin ich jetzt einfach so explodiert oder war das eine unsichtbare Decke? Eine Astro-Mission. Der Tentakel da oben. Was ist denn das für einer? Lass mich hier raus. Okay, dann nicht. Nochmal. Die crazy Astro-Mission. Was sind das für Leute? Der zweite Floor. Alter. Ha. Jetzt muss ich da rüberfliegen. War's das? Äh. Wieder mal beim letzten Hindernis gestorben. Hahaha. Da steht ja auch 420 von Kid Kiddo. Hahaha. Passt doch. Äh. Oh yeah. Oh man, jetzt hast du den 420-Joke winiert. Was war ich eigentlich erwartet bei Kid Kiddo? Timmy Robeswing. Timmy Robeswing. Dammit. Kommt, Timmy. Oh. Oh. Äh. Ich hab wieder mal durch mehr Glück als Verstand die richtigen Tasten gedrückt, denn so schnell komme ich das normalerweise nicht hin, dass ich... Okay. Ach man, ich hab schon so befreut, weißt du? Ja, siehst du, wie blau das kommt dabei raus, wenn ich es wirklich versuche. So, du Arsch. Der Dad macht das. Timmy Robeswing? Vergiss es. Hahaha. Der Dad zeigt, wer die Hosen anhat. Psssssss. Voll verarscht. Old Key Part 1. Boah, ist das krass. Ein Level, das alter Schlüssel heißt. Das ist ja aufregend. Alter Schlüssel. Was zur... Ähm, soll dazu sein? Muss ich mal anklicken? Ah, hier. Oh. Aha. Einstirn wegen Null merke ich mir dann mal. Oh, scheiße. Ich musste mir das über drei Meter merken. Na gut, das ist ein bisschen länger, aber... Geht das immer hoch? Oh, Control Panel. Ah, hier, hier. Ich konnte mir das fast nicht einträgen über diesen extrem weiten Weg. Naja, ich glaube, die Schwierigkeit bestand darin, überhaupt die Zahl zu finden, oder? Scheiße, geht das runter? Oh. Ich kann einfach durch. Ich muss... Spam, 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 spam. Floor 2. Oh, ich wusste... Ach so, jetzt gibt die Glastrin weg. Wie ich eigentlich hätte bequem kaputt fahren müssen. Hier geht das jetzt runter? Also hier springen, oder was? Bist mir so ein F- Pie Hob? Ja, schon den ich... Oh, jetzt so. Oh, ich habe die 1 da nicht getroffen, die ich hätte beruhigen müssen. Und schon kann ich durch. The last door. Ein Obstacle Course Heart. Das werden wir sehen. Oh, ne. Wie klickt hier? You were trolled. Heißt eigentlich You were trolled, aber vielleicht war ja der Troll auch die schlechte Grammatik. Jetzt muss ich da auch hier rüberfliegen. Nein, ich muss hier rüberfliegen, komm. Das geht, garantiert. Oh, scheiße. Oh, der erwartet mal noch besser. Jetzt troller ich dich nämlich. Ah, guck mal nicht jetzt. Soll ich überhaupt darüber fliegen? Die Mauer sah mir so aus, damit ich ja gar nicht hätte rüber gewusst, oder? Wo bin ich? Ah, jetzt. Ich ging erst nicht. Geschafft. Big Lock Park. Der große Baumstamm. Und ich sehe, warum er den Namen hat. Monster? Werden wir uns anschauen. Ich häng jetzt fest. Oh ja, ich muss erst mal abwarten. Oh, jetzt geht's los. Wo sind die Monsters? Ei. Ich bin schon tot. Energy Ball. Wo sind die Energy Balls? Ich sehe die Ausrufezeichen. Eigentlich müsste was runterkommen. Das hat auch überhaupt nicht lang gedauert. Warum dauert hier mal alles so lange, bis was passiert? Boss. Ja. 50% Körper reichen wohl. Map 333. Map. So findest du den Namen so witzig. Map. Ja, ich denke fest. Hast du noch mehr tolle Bässe gemacht? Vielleicht Map. 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 332. Oh. Play. Like. Hm. Dieser Mensch kennt sehr viele Wörter auf Englisch. So hab ich auch geschaut, als ich dein Vokabular sah. Dinosaur Weirdness. First I suck at doing dinosaurs. Hm. Werden wir sehen. I'm sorry about the dinosaur looks. Don't judge me. Also... Ich sag mal, ich hab schon Schlimmeres gesehen, aber das war jetzt auch nicht der nächste Picasso, du. Uh. Und das... Oh. Hätte ich woanders hingemusst? Hier runter, oder was? Nö. Jetzt bin ich wirklich sauer. Also... Mit den Dinosauriern hast du mich nicht getriggert, aber damit... Hast du noch was? Can you do it? A little friendly tip in the beginning... Ah, ja, ja. Pff. Krieg ich schon hin. Uh. Der Jeff. Ey. Was ist das denn? Das ist hier nochmal leicht. Oh. Doch nicht. Ich bin doch gar nicht da. Go ahead. Go on backwards. Du 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 du. Ich hab immer noch den Jacks. Das eine Ziel ist nur eine Verarsche, oder was? Uff. Vor allen Dingen er heißt halt Fanart Noob, aber das hier war gar nichts mit Fanart. Das war ein ganz normales Level. Z-Rage-Game. This is hard. Oh, yeah. 48 Münzen? Eieiei. Mal sehen, wie ich mich anstellen werde. Ich hab schon was verloren. Muss ich denn alle Münzen sammeln? Wahrscheinlich schon. Uh. Oh. 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 Es interessiert mich doch noch was hier. Äh. Uh. Ein super konzentiertes Level. Ich habe noch nie ein derart gut gemachtes Level gesehen. Ent. Ill… Es gibt echt ein Level, das so heißt. Machen wir. Woo. Ist sogar gut. Das einzige Level über Amazon Bären. Pфф. Das ist eine Katze, oder? Och nee, ey. Obst du Erdfelgelne-Mem? Ja, Wahnsinn. Genau eine Mem schon wieder. Funny. Und ob das so funny wird? Ach, das ist jetzt wieder lame. Ui, das trifft mich gar nicht richtig. Nein, wie soll ich da verweich kommen? Okay, welche seltenen Tiere möchte ich denn noch nehmen? Hier, Nao. Wir müssen ja irgendwann alle Tiere mal durchgehen, die es gibt, oder? Es sei denn, sie frieren das Spiel ein. Nein, ich kann wirklich nicht raus. Och nee, bitte nicht. Oh, ein Narvo-Tank. Ui. Chinchilla-Test. I love Chinchilla. Ja. Ah, es geht um Quiz- Och, was ist nur richtig? Ich muss hier rein, aber ich bin zu fett. Hm, dann muss ich halt den anderen nehmen. Ich mag auch... Was? Correct. Es gibt noch nicht mal Optionen. Was ist denn das? Frage 2. Where do one Chinchillas live? Äh, hier. Das ist das beste Quiz, was ich jemals gesehen habe. Kann ich jetzt da durch? Kann ich wieder durch, ja. Geht nicht kaputt, jetzt. Awesome. T or F Chinchillas have fragile... Ich glaube, es ist jetzt das Link, oder? Ja, gut geraten. What do Chinchillas bathe in? Hier, das dritte. Nein, ich wollte das dritte. Gut, ähm, ich würde sagen, mit diesem wahnsinnig geilen Quiz kann man es eigentlich beenden, oder? Was soll ich denn jetzt noch spielen? Rattlesnake. Rattlesnake Obstacle. Naja. Ey, das sieht doch noch in einem guten letzten Level aus. Wow. Das mache ich. Ah, das ist aber gar nicht so einfach. Ja, anfangen hier. Komm, 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 komm. Ja. Was ist das für eine Falle hier? Oh. Ey, das ist ja mal ein Hindernisparcours, der sogar mal cool aussieht. Der Kopf wollte unbedingt da rein. Äh, was ist das denn? Was ist das denn da? Hat das überhaupt noch mal so bedeuten, nee, oder? Ich muss aufpassen, ich darf nicht in diese Stacheln da wieder fallen. Rechts, sonst komme ich da nicht raus. Was ist das denn hier? Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle dich da doch mal durch, bitte. Ja. Und was ist denn das für eine Pasta? Wie soll ich das schaffen? Ach so, deswegen ist der weiße Kreis da oben. Okay, den Trick kannte ich nicht. Wenn man die Taste nach unten gedrückt hält, kommt man da problemlos durch. Wuhuah. Ich musste mir vom Map-Ersteller die Demo anschauen, sonst wäre das nie was geworden. Und das war's dann auch mit dieser Folge Happy Wheels. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Wuhu. Papalapapp. Jux. Schmock. Pimmel ab. Untertitelung des ZDF, 2020